Ja, der ist ab Junge. Der ist definitiv ab. Das war's Lars. Hallo meine lieben Gamer Freunde und willkommen zu Outlast 2 Part Nr. 2. Und ja, das letzte Mal hätte ich mir echt beinahe in die Hosen geschissen. Aber so erschreckt habe ich mich fast noch nie. So, dann würde ich sagen, nachdem wir das jetzt geklärt haben, dass ich ein kleiner Angsthase bin, geht's weiter. Ich sehe es kommen und ich erschrecke mich trotzdem. So. Ich habe auch gesehen, dass hier... Och, Alter. Ich habe... Oh Mann. Ich habe auch gesehen, dass hier anhand von den Bewertungen das Ganze doch eigentlich relativ feiert. Und ja. Aus dem Grund gibt es jetzt Part 2. Und vielleicht kaufe ich mir das Spiel auch, je nachdem. Aber jetzt in zwei Wochen ist definitiv erstmal Battlefield 1 am Start. Da gibt es überhaupt keine... Keine Videoräte. Ich bin irgendwie... Ich wusste echt nicht, dass ich so in Schisser bin bei solchen Spielen. Oder bei 3... Ich... Da passt hier gleich wieder irgendwas. Okay. Da hat wohl jemand einen Durchhänger. Oh nie. Oh Mann. Oh Gott. Jesus. Wow. Hey, da... Was kommt da jetzt für ein Vieh runter? Oh, das sind aber ein paar mehr Hände. Boah, ich brauche mal einen Schluck... Äh... Energy. Ah. Ja, komm, erschreckt mich. Jetzt, wenn ich mich umdrehe, wahrscheinlich. Warum habe ich eigentlich die Kamera dabei? Weil ich könnte die Kamera mal aufladen. Oh, scheiße. Ich habe gar nichts mehr. Oh, Alter. Keine Batterie mehr. Gar nichts mehr. Boah, Junge, 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 Junge. Beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich. Okay. Ich habe L3 gedrückt. Ich habe es auch ausgesprochen. Oh. Dann halt nicht. Boah, Alter. Boah. Ist okay? Ist okay? Ja! Ist... Ich... Gucke euch das nächste Mal nicht mehr an. Ich gehe einfach vorbei und... Ignorier euch. Oh, komm, ihr bist doch bestimmt friedlich, oder? Oh, ne, der ist nicht friedlich. Oh, Alter. Leute, ihr habt aber ganze Arbeit geleistet hier. Schnell weg hier. Ui, 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 da hängen sie alle. Was ist das? Ja, kannst du mir mal erzählen, wo ich sonst hin soll? Fuck, Alter. Fuck. Ja, hier geht's lang, komm. Ben! Ach, komm, scheiß auf die Batterie jetzt, ey. Oh, Alter. Nein! Sag mal, Junge, kannst du nicht mehr rennen, oder was ist hier los? Ich hab grad irgendwie Vollübersicht verloren hier. Eigentlich, wenn ich mich ducken würde, dann... ...finden die mich ja logischerweise nicht mehr, ne? Uah! Ich lauf einfach mal durch. Uah, hier kann ich drüber, hier kann ich drüber, hier kann ich drüber, hier kann ich drüber! Uah, noch so ein Bastard. Dicker. Ja, ich bin... Ah, hab ich euch... Au! Oh, Leute, schnell weg hier. Laub Forest. Oh, das sind noch ein... Ich bin eklig, ich tue. Oh, das war's. Jetzt. Okay. Okay, das war's. Das war's. Das war's. Ich kündige. Ich kündige frist los. So, jetzt boah ich mal meine Camp. Immerhin weiß ich jetzt mal, wo's, äh... ...lang geht. Ui. Okay, hier war man ja vorhin. Da ist es ja, äh, losgegangen. Hiiii. Es geht! Alter, voll in den Sack rein, ey. Ja, der ist ab, Junge. Der ist definitiv ab. Das war's, Lars. So, meine Freunde. Das war's mit Outlast 2, der Demos. Ich würde sagen, wenn ihr in der nächsten Zeit öfter mal ein paar Horror-Games sehen wollt. Lasst ein La... 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 Lasst ein Like da. Ne Bewertung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und... Reingehauen!